Mit Microsoft Excel kann man eigentlich alles machen, aber nur sehr wenige können das wirklich gut. JetGPT auf der anderen Seite ist kinderleicht zu bedienen. Die Kombination aus beiden ist unschlagbar und in diesem Video möchte ich dir meine besten Tipps und Prompts für die Verwendung von Excel mit JetGPT Unterstützung zeigen. Fangen wir doch direkt an mit dem ersten Punkt. Formeln finden. In Excel gibt es ja wirklich Formen für quasi alles. Vom einfachen Addieren von Werten, über das Finden von eindeutigen Einträgen in langen Listen, bis hin zum Kalkulieren von komplexen Zinsraten und Entwicklung. Mit Excel ist all das möglich. Aber natürlich kann kaum jemand diesen kompletten Formelkatalog auswendig und weiß immer direkt, wie die Funktion, die man jetzt gerade braucht, heißt. Hier kommt JetGPT ins Spiel, denn der Chatbot ist uns dabei eine Mega-Hilfe. Eigentlich muss ich nur beschreiben, was mein Problem ist und was ich erreichen möchte. Und schon bekomme ich die entsprechende Formel. Sehen wir uns doch direkt mal ein Beispiel an. Ich habe hier ein relativ einfaches Beispiel mit einer Excel-Datei, in der verschiedene Produktbestellungen aufgelistet sind mit Informationen über Produkte, Artikelnummern, Kategorien und so weiter. Jetzt möchte ich hier vielleicht herausfinden, was die Kosten sind, die mir entstanden sind, die also hier in Spalte H sind, nur für die Produkte aus der Kategorie Maschinen. Also wir sehen hier zum Beispiel eine Maschine. Ich sehe hier unten nochmal eine Maschine. Diese Tabelle könnte ja ewig lang sein und ich muss jetzt hier eine Formel herausfinden, wo ich sage, hier möchte ich alle Kosten addieren, die für Produkte mit der Kategorie Maschine entstanden sind. Das kann ich einfach JetGPT genauso beschreiben. Ich merke mir einfach in meiner Tabelle hier, dass die Kategorie in der Spalte D steht und die Kosten in der Spalte H. Und dann versuche ich, einen entsprechenden Prompt zu verfassen, um die richtige Formel zu bekommen. Dabei muss ich überhaupt keine Daten hier übergeben. Ich beschreibe das Problem einfach ganz allgemein. Ich bin jetzt in JetGPT gewechselt und habe mein Problem schon beschrieben. Ich sage, ich habe eine Excel-Tabelle mit verschiedenen Produktbestellungen. In der Spalte D steht die Kategorie und in der Spalte H die Kosten. Ich brauche eine Formel, eine Formel würden wir sagen, mit der ich alle Kosten addieren kann, aber nur von Produkten, die die Kategorie Maschinen haben. Das schicken wir mal ab und schauen, was uns JetGPT antwortet. Wir haben unsere erste Antwort bekommen und hier leider ein kleines Problem, das öfter mal mit Excel auftritt. Denn wir haben hier die Funktion SUMIFS von JetGPT bekommen. Ich weiß, dass das die richtige Funktion ist. Allerdings ist das nicht der Name der Funktion, wie sie in unserem deutschen Excel ist. Dementsprechend würde ich einfach nochmal nachfragen. Das können wir hier allerdings einfach machen, indem ich sage, die SUMIFS-Funktion gibt es bei mir nicht, da ich Excel auf Deutsch verwende. Das schicken wir dann ab und JetGPT wird dann in der Regel seinen Fehler korrigieren. Und wir sehen genau das. In der deutschen Version ist das nämlich die SUMIFS-Funktion. Und dann können wir das jetzt einfach mal so kopieren. Also einfach die gesamte Funktion mit den Parametern hier, indem ich sage Copy Code. Und wir fügen das in Excel ein und schauen, ob es funktioniert. Zurück in Excel möchte ich das Ganze hier einfach hinten mal einfügen. Wir sehen also, dass wir direkt ein Ergebnis bekommen. Und wenn ich einmal kurz oben in die Bearbeitungsleiste schaue, dann sehe ich unsere SUMIFS-Formel mit der Spalte H und der Spalte D und dem Suchwort Maschinen. Ich sehe hier als Ergebnis 12.945. Das Ganze würde ich sagen, überprüfen wir einmal noch kurz. Ich habe also hier mal eine Maschine, habe Kosten dafür. Dann habe ich hier eine Maschine, habe Kosten dafür. Und dann habe ich hier noch eine Maschine. Ich habe alle diese Werte mal ausgewählt und dann sind wir unten als Summe 12.945. Und das ist genau das Ergebnis, was wir haben. Wie gesagt, hier ein einfaches Beispiel. Diese Tabelle ist relativ kurz, da kann man das so machen. Aber ich denke, es wird klar, wie wir JetGPT dazu verwenden können, um Formeln für Excel zu finden. Wir müssen einfach nur unser Problem genau beschreiben und wie die Ausgangslage ist. Schauen wir uns das Ganze im Prompt nochmal kurz an. Ich habe klar gesagt, was ich brauche, nämlich eine Formel, mit der ich alle Kosten addieren kann, aber nur von Produkten, die die Kategorie Maschine haben. Und dann habe ich alle relevanten Informationen übergeben, nämlich, dass in Spalte D die Kategorie steht und in der Spalte H die Kosten. Kommen wir zum zweiten Tipp. Formeln verstehen. Gerade im beruflichen Umfeld gibt es neben dem Problem, dass ich die richtige Formel nicht auswendig weiß, als zweites oft die Situation, dass ich in einem Arbeitsblatt eine Formel finde, die jemand anderes geschrieben hat. Und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die funktioniert. Oder was sie genau macht. Auch das können wir mit JetGPT ganz einfach lernen. Hier vielleicht der kurze, aber wichtige Hinweis. Natürlich sollte man je nach Unternehmen und Inhalt der Excel-Dateien hier nicht einfach alles kopieren und in JetGPT einfügen. Inklusive vielleicht sensibler oder nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Daten. Oft kann man hier aber den Inhalt auch von der entsprechenden Funktion entkoppeln und trotzdem eine sinnvolle Antwort bekommen. Ich würde sagen, wir machen direkt unser erstes Beispiel nochmal rückwärts. Gerade eben haben wir uns von JetGPT ja diese Summe-wenn-S- oder Summe-wenns-Formel erstellen lassen. Jetzt kann es ja sein, ich sehe diese Formel einfach nur in meinem Excel-Dokument und habe keine Ahnung, was das macht. Auch das kann ich mit JetGPT lösen, indem ich mir einfach die Formel hier mal nehme und kopiere. Also entweder mit dem Pastaturkürzel oder mit einem Rechtsklick. Dann wechseln wir mal zu JetGPT und schauen, ob wir Auskunft darüber bekommen können, was diese Formel hier macht. Als Prompt habe ich hier einfach geschrieben, ich habe in einer Excel-Datei die folgende Formel gefunden und weiß nicht, was sie macht. Dann habe ich meine Formel eingefügt und nochmal gefragt, kannst du mir das erklären? Schicken wir das Ganze ab und schauen, was wir als Antwort bekommen. Unsere Antwort ist fertig und wir sehen, dass wir eine relativ ausführliche Erklärung bekommen. Wir sehen, das ist eine Formel für bedingte Summierung in der deutschen Version von Excel. Wir sehen, dass dieses HH die Spalte ist, deren Werte summiert werden sollen. Und D die Spalte, die mit dem Kriterium verglichen wird. Was ist das Kriterium? Das ist unser letzter Teil, nämlich Maschinen. Die Funktion summiert also alle Werte in der Spalte H, bei denen der zugehörige Wert in der Spalte D Maschinen ist. JetGPT macht uns dann hier auch noch ein Beispiel, in dem es also zwei Spalten gibt mit D und H. In der Spalte D stehen unsere Kategorien, also eigentlich ganz ähnlich wie in unserer Excel-Datei und in der Spalte H stehen Zahlen. In diesem Beispiel würde die Formel dann 20 zurückgeben. Denn das sind die Werte, bei denen eben als Kategorie in der Spalte D Maschinen steht 10 plus 7 plus 3 und das ergibt 20. Wir mussten also auch hier überhaupt nichts von den eigentlichen Daten aus unserer Excel-Datei übergeben, sondern haben eine sehr verständliche und klare Erklärung für diese Funktion, nämlich Summe WNS, von JetGPT bekommen. Tipp Nummer 3 ist Excel-Features finden und verstehen. Die Formeln in Excel sind wahrscheinlich der wichtigste Teil. Trotzdem bietet die Software natürlich noch viel mehr und auch die ganzen Funktionen, die in den Menüs versteckt sind, können einen sehr leicht überfordern. Vor allem dann, wenn man noch nicht lange mit Tabellenkalkulation zu tun hat. Und wieder kann uns JetGPT enorm dabei helfen, klarzukommen und das Richtige zu finden. Auch dazu machen wir ein Beispiel. Vielleicht habe ich die Aufgabe bekommen, aus gewissen Daten zu den Bestellungen, die wir in unserer Excel-Datei haben, Erkenntnisse herauszuziehen und leicht verschiedene Zahlen zu vergleichen. Als Excel-Profi wüsste ich vielleicht, dass sich dafür Pivot-Tables anbieten. Aber JetGPT kann mir sicherlich auch helfen. Wir beschreiben also unser Problem und fragen dann direkt mal nach, wie wir das vielleicht lösen könnten. Ich habe meinen Prompt in JetGPT schon eingetragen, indem ich sage, ich habe eine Excel-Datei mit vielen verschiedenen Bestellungen mit Informationen über Kosten, Kategorie etc. Ich soll aus diesen ganzen Daten wichtige Erkenntnisse ziehen und weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Gibt es in Excel etwas, das mir dabei helfen kann? Und dann schauen wir mal, auf welche Ideen JetGPT für uns kommt. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass Pivot-Tables sich meiner Meinung nach anbieten, aber JetGPT gibt mir noch viel mehr Optionen. Ich sehe hier wirklich einige Möglichkeiten aufgelistet, wie ich das Ganze machen kann. Beginnend mit etwas ganz einfachem Sortieren und Filtern. Denn ich kann meine Daten entweder sortieren, also die Reihenfolge ändern, oder filtern und damit nur bestimmte Werte anzeigen. Dann als nächsten Punkt habe ich die Pivot-Tables oder Pivot-Tabellen, die eben sehr leistungsfähig für die Datenanalyse sind. Mir werden dann noch Diagramme und Grafiken vorgeschlagen. Funktionen für die statistische Analyse. Hier sehen wir zum Beispiel Summ-Event. Diese Funktion, beziehungsweise die S-Version davon, haben wir ja gerade eben schon verwendet. Dann sehe ich noch bedingte Formatierungen, Datenüberprüfung und Bereinigung, Datenschnitte, Zeitachsen, was wäre Analyse und Add-ins und Erweiterung, sowie Makros und VBA, wenn wir wirklich fortgeschritten sein wollen. Ich bekomme also jede Menge Möglichkeiten und kann mir jetzt überlegen, wie ich das am liebsten machen möchte. Aus den ganzen Möglichkeiten, die mir ChatGPT gegeben hat, würde ich mich jetzt vielleicht für die Pivot-Tables entscheiden, da ich davon schon mal gehört habe und man das auch gut zum Präsentieren verwenden kann. Statt jetzt mühsam recherchieren zu müssen, wie das überhaupt funktioniert, können wir einfach direkt in ChatGPT weitermachen und so einfach und schnell lernen, wie wir diese für uns ganz neue Funktion selbstständig verwenden. Springen wir also wieder kurz in den Chat und schauen uns an, wie das funktioniert. Ich befinde mich immer noch in der gleichen Unterhaltung von gerade eben und frage jetzt einfach mal nach. Ich sage, ich würde gerne die Pivot-Tabellen verwenden. Ich habe das aber noch nie gemacht. Kannst du mir Schritt für Schritt erklären, wie das funktioniert? Wir schicken das Ganze ab und schauen uns das mal an. Ich selbst verwende zwar generell lieber den englischen Term, also Pivot-Tables, wenn ich darüber spreche. Hier in ChatGPT werde ich allerdings auch immer Pivot-Tabellen schreiben, einfach um dafür zu sorgen, dass der Bot im Idealfall auch die ganzen deutschen Bezeichnungen für die Menüs verwendet. Wir hatten bei der Funktion gesehen, dass das trotzdem nicht immer der Fall sein muss, aber so können wir das eben schon mal in die richtige Richtung lenken. Sollten trotzdem englische Begriffe auftauchen, können wir das aber immer beheben, indem wir nochmal explizit nach der deutschen Anleitung fragen. Unsere Antwort ist fertig erstellt und wir sehen, dass wir eine ausführliche Anleitung bekommen haben. Zunächst einmal für die Vorbereitung der Daten. Wir sehen also, das sollte strukturiert sein. Jede Spalte sollte eine Überschrift haben und so weiter. Und dann kommen wir schon zum Erstellen unserer Pivot-Tabelle. Das wollen wir jetzt einfach mal ganz kurz zusammen machen und schauen, ob das funktioniert. Als erstes soll ich irgendwo in die Tabelle mit meinen Daten klicken und dann zur Registerkarte einfügen gehen und Pivot-Table auswählen. Springen wir doch mal kurz zurück in Excel und probieren das Ganze aus. Schritt 1. Ich klicke irgendwo in meine Daten. Dann gehe ich zur Registerkarte einfügen in meinem Menüband und wähle Pivot-Table aus. Das klicke ich einmal an und dann bekommen wir dieses Pop-up. Schauen wir doch mal in JetGPT, wie es weitergeht. Ein Dialogfeld wird erscheinen, das ist passiert. In der Regel können Sie die Standardoptionen verwenden, die Excel Ihnen anbietet. Wählen Sie, wo die Pivot-Tabelle platziert werden soll, entweder in einem neuen Arbeitsblatt oder in dem bestehenden und klicken Sie auf OK. Dann machen wir das doch mal in Excel. Ich belasse also die Standardoption und ich sage, ich möchte das vielleicht auf einem neuen Arbeitsblatt haben. Dann klicke ich auf OK und schaue mir, was passiert. Und tatsächlich, es wurde ein neues Arbeitsblatt erstellt und wir sehen, dass wir hier unsere Pivot-Table offensichtlich haben. In unserer Anleitung geht es dann weiter mit Daten in der Pivot-Tabelle analysieren. Ich sehe die leere Pivot-Tabelle, das war der Fall, und kann jetzt damit arbeiten. Ziehen Sie die Spaltennamen in die verschiedenen Bereiche der Pivot-Tabelle, die oft als Zeilenspaltenwerte und Filter bezeichnet werden. Zum Beispiel, wenn Sie die Kategorie in den Zeilenbereich und die Kosten in den Wertebereich ziehen, zeigt Ihnen die Pivot-Tabelle die Summe der Kosten für jede Kategorie an. Das probieren wir vielleicht mal noch kurz aus. Ich sehe hier genau diese Dinge und ich ziehe jetzt einfach mal Kategorie in den Zeilenbereich, so, und Kosten in den Wertebereich. Und sobald ich das gemacht habe, sehe ich hier genau das, was JetGPT gesagt hat, nämlich die Summe der Kosten für die einzelnen Kategorien. Und das hat ganz schnell und einfach funktioniert. Meine Anleitung ist hier natürlich noch nicht zu Ende. Ich komme noch zum Aggregieren und Berechnen, Filtern, Sortieren, Details und so weiter. Und dann werden mir noch weitere Anpassungen vorgeschlagen. Und zu jedem Punkt kann ich natürlich nachfragen. Um den Rahmen des Videos nicht zu sprengen, würde ich sagen, für uns ist mal ausreichend, dass wir diese Pivot-Table erstellt haben mit der Anleitung und sogar schon erste Werte anzeigen können. Gegen Ende des Videos habe ich jetzt noch zwei Bonus-Tipps, die ich beide sogar als selbsternannter Excel-Profi eigentlich ständig im Gebrauch habe. Bonus aber deshalb, weil für beide aktuell ein JetGPT Plus-Abo notwendig ist. Wir wollen uns nämlich noch kurz Advanced Data Analysis anschauen, eine Premium-Funktion von JetGPT, früher als Code Interpreter bekannt. Auch hier, bevor wir wirklich einsteigen und uns das anschauen, nochmal der Hinweis. Da wir hier sogar Excel-Dateien direkt hochladen und analysieren lassen können, ist es wichtig, sich genau im Klaren darüber zu sein, was man da hochlegt. In allen unseren Videos und auch in den meisten unserer Anwendungen handelt es sich dabei um Demo-Content. Aber auch in der echten Welt kann man, um Data Analysis zu nutzen, viele Excel-Dateien einfach von sensiblen Daten bereinigen oder Platzhalter verwenden und so trotzdem die Vorteile dieses Super-Tools nutzen. Um Advanced Data Analytics verwenden zu können, wenn wir JetGPT Plus haben, müssen wir das in den Einstellungen aktivieren. Dazu können wir einfach in unsere Seitenleiste hier auf unseren Account klicken und dort Settings und Beta auswählen. Dann sollten wir sicherstellen, dass unter Beta Features hier der Schalter bei Advanced Data Analysis umgelegt ist. Sobald wir das gemacht haben, sollten wir in jedem neuen Chat, wenn wir auf das GPT-4-Icon hier oben gehen, die Möglichkeit haben, Advanced Data Analysis auszuwählen. Und sobald ich das mache, bekomme ich hier diesen kleinen Plus-Button, mit dem ich eine Datei hochladen kann. Und das will ich jetzt einfach mal machen. Ich habe hier die vollständige Version unserer Tabelle, die wir gerade eben schon kennengelernt haben, also mit den Ordernummern angehängt, die über 1000 Zeilen enthängt. Und die möchte ich jetzt einfach mal analysieren lassen. Dazu lade ich die Datei hier hoch und kann vielleicht direkt einmal als Nachricht schon dazu schreiben, kannst du aus diesen Daten interessante Dinge analysieren. Also wir wollen jetzt erstmal gar nichts Genaues wissen, sondern wir schauen einfach mal, was JetGPT uns vorschlägt, was man da analysieren könnte. JetGPT beginnt dann zunächst einmal damit, sich die Datei anzuschauen, um zu wissen, um was es geht. Nachdem das dann erledigt wurde, sehen wir hier, dass die entsprechenden Daten erkannt wurden und hier ist nochmal aufgelistet, was in der Datei enthalten wird. Hier ist jetzt ein Mini-Fehler. Bei Verantwortlich steht Person, die für das Produkt verantwortlich ist. Das ist mehr oder weniger eigentlich nur die Bestellung bei uns. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Wir könnten JetGPT in diesem Fall natürlich darauf hinweisen. Dann wird noch gefragt, welche Art von Analyse oder Visualisierung wir gerne sehen würden und es werden einige Dinge vorgeschlagen, wie Umsatzanalyse nach Kategorien, Verteilung der Auftragsstatus und so weiter. Und wir könnten jetzt hier einfach etwas auswählen oder etwas ganz Eigenes uns ausdenken. Ich könnte zum Beispiel sagen, kannst du eine Analyse der Gewinnmargen nach Produktkategorie erstellen? Dann schauen wir mal, was wir da als Analyse bekommen. Hier bekommen wir zunächst einmal gesagt, welche Formel für diese Gewinnmarge verwendet wird, nämlich Umsatz minus Kosten durch Umsatz mal 100 und dann wird das Ganze berechnet. Hier sehen wir dann das Ergebnis der Analyse mit den verschiedenen Gewinnmargen für unsere fünf Kategorien. Es wird auch gesagt, dass die Produktkategorie Elektro die höchste hat, aber dass die Unterschiede nicht sehr groß sind. Wir können jetzt diese Information weiter visualisieren oder weitere Fragen stellen. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch sagen, gerne visualisieren, am besten in Kombination mit den absoluten Gewinnen nach Kategorie. Und dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. JetGPT gratuliert mir jetzt sogar noch zu meiner guten Idee. Ob die wirklich so gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Wir sehen hier noch die Formel für den absoluten Gewinn und dann die Visualisierung der durchschnittlichen Gewinnmargen und der absoluten Gewinne für die Produktkategorien in einem kombinierten Diagramm. Hier sehen wir dann unser Diagramm mit den Gewinnmargen, die logischerweise alle relativ nah beieinander liegen, aber mit der roten Linie für den absoluten Gewinn sehen wir einen deutlichen Unterschied. Wir sehen hier zum Beispiel noch einige Beobachtungen. Die Kategorie Elektro hat die höchste durchschnittliche Gewinnmarge und auch einen hohen absoluten Gewinn. Und obwohl die Kategorie Maschinen die niedrigste durchschnittliche Gewinnmarge hat, ist der absolute Gewinn in dieser Kategorie recht hoch. Was Sinn macht, da Maschinen natürlich teuer sind. Hier kann ich das Ganze jetzt noch weiterspinnen und einfach wirklich so viel fragen, wie ich möchte. So kann ich also meine Daten analysieren aus einer Excel-Datei, komplett ohne Excel selbst zu verwenden. Sicherlich auch eine sehr interessante Möglichkeit. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist alles cool und ich würde das gerne ausprobieren, aber ich habe keine Daten zum Testen, dann ist der letzte Tipp die perfekte Lösung für dich. Auch ich brauche oft eben diese harmlosen Beispieldateien zum Experimentieren und für unsere Videos. Und auch dabei kann uns JetGPT in Kombination mit dem Advanced Data Analysis Tool helfen. Alles, was wir brauchen, ist ein ganz einfacher Prompt und der lautet so. Ich muss Excel besser verstehen und brauche einige Daten zum Üben. Kannst du mir eine Excel-Datei erstellen, bei der ich interessante Analysen durchführen kann? Wichtig für diesen Prompt ist, dass wir uns im Advanced Data Analysis Modus befinden, denn nur dann kann JetGPT diese Datei für uns erstellen. Wir schicken das Ganze mal ab und schauen uns das Ergebnis an. Auf diese allgemeine Anfrage bekommen wir jetzt zunächst einmal diese Antwort, dass JetGPT dazu in der Lage ist und die Nachfrage, welche Art von Daten wir gerne analysieren möchten. Es werden uns hier einige Vorschläge gemacht. Natürlich kann ich auch eigene Dinge angeben, wenn ich das möchte, aber ich könnte ja zum Beispiel mal sagen, Lagebestand finde ich ganz gut, dann kann ich einfach nur fünftens hier schreiben, das Ganze nochmal abschicken. Es wird jetzt zunächst einmal noch eine Struktur vorgeschlagen, also welche Daten dort enthalten sein sollen. Das kann ich auch noch korrigieren oder erweitern, wenn ich das möchte. Wenn ich damit einverstanden bin, kann ich allerdings das einfach bestätigen und mir die Datei erstellen lassen. Ich bestätige einfach nochmal kurz mit Ja und dann werden wir unsere Datei bekommen. Unsere Excel-Datei wurde erstellt und ich kann sie einfach mit einem Klick auf diesen Link hier herunterladen. Darunter gibt mir JetGPT noch einige Vorschläge, was ich zum Beispiel analysieren könnte. Das ist für uns jetzt nicht relevant. Ich möchte die Datei einmal noch kurz in Excel öffnen und schauen, ob das wirklich Sinn macht. Ich habe die Datei hier geöffnet und wir sehen, dass wir tatsächlich die angegebenen Spaltenüberschriften haben. Das Ganze ist hier wieder Englisch. Das könnte ich in JetGPT nochmal kritisieren. Aber für uns ist das jetzt für das Video in Ordnung. Wenn ich einmal nach unten scrolle, dann sehe ich, dass wir hier einige Zeilen haben. Also wirklich jede Menge Daten, die wir zum Analysieren und zum Üben von verschiedenen Funktionen von Excel durchaus gut verwenden können. Das waren unsere besten Tipps für die Arbeit mit Excel und JetGPT. Ich hoffe, es war etwas dabei, das dir weiterhilft. Falls ja, freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo. Kennst du noch andere Tipps? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Mein Name ist Johannes Ruhr und wir sehen uns im nächsten Video.